Musik 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 Applaus Applaus Guten Tag meine Damen und Herren Willkommen, boys and girls everywhere! Wir sind hier in Luxemburg bei Cana in the City Wir sind hier in Luxemburg bei Kids in the City Mein Name ist Tyron Mein Name ist Ruben Jetzt zeigen wir was alles in Cana in the City ist Und jetzt werden wir Ihnen zeigen, was Sie können bei Kids in the City Musik 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 Inside the crazy cinema there is a big place where we can watch a movie Musik Da kann man Schwerte basteln in ein Piratenboot gehen Musik Musik Da kann man noch hüten und Augenklop basteln Musik Es gibt hier auch einen Clown der Vorführung Es gibt hier auch einen Clown der Vorführung macht Es ist wirklich Spaß Musik Es gibt auch einen Obstacle Kurs wo wenn du schlappst dann all die Wasser splasht auf deinen Kopf Musik 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 Komm zu Cana in the City Es macht viel Spaß Come buy kids in the city it's really fun Musik 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 Bedroff Design Pf境 Musik 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 Wir sind Luxemburg-Ghost-Bollywood. Mein Name ist Aurelia und ich habe den Superstar, Herbert, der ein bisschen verrückt ist, aber er ist wirklich ein Star. Das ist jetzt ein Test für Kinder. Und die Dresche. Und Action! Und Action! Und Action! Okay, jetzt wird es schneller, jetzt wird es schneller. Und grün und rot, grün und runde Scheibe. Und Schauspieler in Luxemburg. Action! Und rot und eckig. Und grün. Aus! So, Achtung, es geht weiter. Jetzt entdeckt Harry Bibi Blocksberg voller Angst auf den Stuhl. Action! Ein Zauberer, nimm dir die Angst! Eine neue Liebe kann beginnen. Also, Harry, du musst den Zauberstack wegwerfen. Du wirfst den Besen weg und umarmt euch für das Pressefoto. Beide müssen den Fotobrand schauen. Okay? Achtung! Und... Action! Beide Fotobrand schauen! Ja! Bravo! Ja! Applaus! Applaus! Die Liebe ist perfekt! So! Harry, der Zauberer, stellt sich vorne auf. So! Hinten die Bibi Blocksberg. Das Publikum! Die Fotofrau muss vorne fotografieren am Anfang. Und alle Kinder, die mitgedacht haben beim Spiel, stellt sich hinten an! Stellt sich an Oscarverleihung auch fürs Publikum! Oscar nach oben! Ich hab ihn! Super! Und? Dankeschön! Applaus für Harry! Mein Name ist Aurelian. Hallo! Du bist Herbert, oder? Ja! Herbert! Haha! Was ist Ihr Name? Haha! Was ist Ihr Name? Herbert! Herbert! Oh! Ja! Ja! Und? Hallo! Und? Und? Was? Ein Film? Ja! Ja! Super! Super! Superman! Ja! Ja! Super! 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 Ja! Bravo! Bravo! Applaus! Und was machst du jetzt? Film, Film, Film. Robin Hood ist Supergirl. Er ist mein Freund. Robin Hood. Robin Hood ist deine Freundin? Ja, ja. Okay. Okay, danke. Danke, danke. Okay. This is Herbert. Herbert? Er hat ein Problem. Ja, Problem. No, Oscar, kein Problem. Oscar, kein Problem. Ja, für dich. Ich habe dich. Ja! Ja! Um, das war Herbert. Er ist ein bisschen, ja. Und, wow. Ich habe meinen Job gemacht. Es war für nicht so lange Zeit ein wunderschönes Schloss. In diesem Schloss lebt eine Prinzessin, die sich schwanzig langweilte. Hier ist es so langweilig. Es ist wirklich langweilig, dass es nicht zum Aushalten ist. Ah! Ja! Ich habe eine Idee. Ich gehe zum Bauernhof. Ich hole mein Einhorn und meine Katze. Kommt mit! Hört ihr auch sowas komisches im Wald? Ich habe meine Freunde hier im Wald. Und hier ist es sehr langweilig. Du kannst ja mein Freund werden und mit mir im Schloss wohnen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Jetzt leben sie glücklich im Schloss. Niemand mehr ist langweilig. Das war das Comic von Magali. Aurelie und Carla. Tschüss! Tschüss!